Hi, mein Name ist Sascha Schulz und ich bin seit vielen Jahren Personal Training. Personal Training ist für mich mehr als nur Sport. Mein Live-Coaching bin halt viel, viel mehr. Ich fahre eine Stunde lang her mindestens, dann powerde ich mich eine Stunde mit Sascha aus, habe aber auch den Austausch einfach auf Unternehmerebene, was mich definitiv auch voranbringt, beziehungsweise mir einfach ein positives Gefühl gibt, Selbstsicherheit gibt. Es geht darum, dir dein Selbstbewusstsein zurückzuheben. Es geht darum, die Selbstliebe wieder zu finden, die du vielleicht vor vielen Jahren verloren hast. Es geht darum, dich aufs nächste Level zu bekommen. Es geht darum, mit dir gemeinsam deine Grenzen zu überwinden und somit die beste Version von dir selbst zu erzeugen. All das und noch viel mehr erreichen wir gemeinsam, gemeinsam in meinem Live-Coaching. Open and out, euer Sascha. A A A A A A A A Untertitelung des ZDF, 2020